Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs uns heute so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Hydra-Kultur und für dieses Achievement müsst ihr Ingra Maloch im Nebel von Tyraskid auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr einen überwucherten Hydra, eine überwucherte Hydra besiegt habt. Wie funktioniert das? Wir müssen als erstes in dem Garten, den leider nur hier ein Night Fae aufmachen kann, einen Samen mitnehmen und zwar so einen Hydra-Samen. Den habe ich jetzt schon dabei und diesen Hydra-Samen, den müssen wir einfach hier in den Bossraum platzieren. Und sobald wir den hier in den Bossraum platziert haben, können wir einfach ganz normal den Boss pullen. Und jetzt ist es so, dass wir diesen Hydra-Samen so ein bisschen buffen müssen. Und ihr seht schon, alle Spieler haben sich jetzt da zusammen draufgestellt und jetzt seht ihr, hier kommen diese blauen Flächen und wenn eine blaue Fläche diesen Hydra-Samen trifft, dann bufft die diesen Hydra-Samen. Und der muss jetzt, meine ich, neun Stacks haben, also neunmal muss er getroffen werden und dann kommt hier so eine schicke Hydra raus. Die kann ehrlich gesagt nicht sonderlich viel, die klopfen wir dann runter und das war es eigentlich schon. Dann haben wir auch das Achievement. Danach müssen wir den Boss halt dementsprechend auch noch töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also, ihr braucht einen Night Fee, macht diesen komischen Garten auf, holt den Hydra-Samen raus, platziert den Hydra-Samen hin, stellt euch dann am besten mit der ganzen Gruppe drauf, denn diese blauen Flächen, die fliegen halt dahin, wo dementsprechend Leute stehen. Und dann müsst ihr so ein, zwei von diesen, ja, Beschussphasen quasi spielen, dass ihr da genug Beschüsse drauf habt. Wenn ihr Hydra-Samen neun Stacks habt, dann könnt ihr die Hydra umboxen, dann haut ihr den Boss um und dann habt ihr euer Achievement. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Tschau!